Letzte Woche fand das jährliche Treffen der BRICS-Staaten in Johannesburg statt. Zwar wurde die von vielen erwartete BRICS-Währung nicht angekündigt, doch der Goldpreis, der ging seit dem Treffen wieder gut nach oben. Vielleicht spielte sich ja hinter verschlossenen Türen doch mehr ab, als wir wissen. Wir blicken nun mal auf andere Beschlüsse des BRICS-Treffens und werten aus, ob der Staatenbund nun auf dem Weg zur Weltmacht ist. Und ebenfalls blicken wir auf sehr interessante Aussagen aus westlichen bzw. nicht westlichen Medien. Bleibt also dran, es wird spannend bis zum Schluss. Ich bin wieder Jan von Axino Capital. Wir investieren seit 35 Jahren erfolgreich in Rohstoff- und Edelmetallaktien und haben dabei natürlich auch immer die geopolitischen Ereignisse im Blick, um sich das Puzzle zusammenzusetzen. Unsere Einschätzung gebe ich euch hier regelmäßig weiter und wenn ihr daraus einen Mehrwert für euch mitnehmen könnt, dann könnt ihr uns hingegen mit einem Daumen Richtung Norden etwas zurückgeben. 2008, also zur Zeit der Finanzkrise, bildete sich der Staatenbund BRIC, bestehend aus Brasilien, Russland, Indien und China. 2011 trat dann Südafrika bei. Ein Bündnis aus wirtschaftlich aufstrebenden Nationen mit einem gemeinsamen Ziel. Der Unterdrückung durch die Amerikaner und den US-Dollar zu entkommen. An diesem Ziel wollen sich nun offenbar noch weitere Staaten anschließen, denn ab dem 1. Januar 2024 werden Saudi-Arabien, Argentinien, Ägypten, Äthiopien, Iran und die Vereinigten Arabischen Emirate ebenfalls Teil des Staatenbundes werden. Durch diese Erweiterung wird sich die Gruppe weiter als Gegengewicht zum globalen Einfluss der G7 etablieren. Der Anteil der BRICS am globalen BIP wird auf 36% steigen und fast die Hälfte der weltweiten Bevölkerung umfassen. Ich hatte euch ja schon berichtet, dass insgesamt 40 Staaten ihr Interesse am BRICS-Beitritt bekundet hatten und da das eben auch der Fall ist, dass so viele verschiedene noch eben vor der Tür stehen, positionieren sich die BRICS bzw. jetzt ja eben die BRICS Plus eindeutig für eine multipolare Welt, die nicht alleine von den USA und jetzt vielleicht auch anderen Mitgliedern des Westens dominiert wird, sondern halt eben die Meinung verschiedenster Staaten weltweit erlaubt. Der russische Präsident, Wladimir Putin, der war selbst eben nicht vor Ort, ließ sich aber dort von seinem Außenminister vertreten und sprach auch über den Videochat auf dem BRICS-Gipfel über den Vorstoß der BRICS und darüber den Handel in lokalen Währungen statt in US-Dollar abzuwickeln. Ein Schritt, der die Dynamik des Welthandels durchaus verändern würde. Denn seit 1944 hat der US-Dollar quasi den Status als die wichtigste Reservewährung und damit natürlich auch der USA wichtige Vorteile gebracht. Denn wie ich ja auch schon mit Dimitri Speck bzw. Dr. Markus Krall erst kürzlich in Interviews erklärt hatte, fahren die Amerikaner ein Handelsdefizit, die meisten der BRICS Plus, aber ein Handelsüberschuss und werden daher in der Regel mit dem US-Dollar bezahlt. Doch dieser verliert seither immer her an Kaufkraft. Ein damals ausgestellter Dollar, der ist heute nur noch wenige Cents bezogen auf die Kaufkraft. Die BRICS suchen also weiter nach einer sinnvollen Alternative zum Dollar. Eine goldgedeckte Handelswährung wurde wie gesagt nicht angekündigt, aber aus meiner Sicht ist das gesamte Thema noch nicht aus der Welt, dass die BRICS eine eigene Handelswährung etablieren. Wir sind aber grundsätzlich davon aus, dass die BRICS oder auch die größere Gemeinschaft, die BRICS Plus, wie man sie ja nennt, dennoch in den nächsten Jahren oder vielleicht auch demnächst im August Schritte gehen wird, um sich dann wirklich konkret auch vom Dollar, vom Westen, von den Amerikanern zu lösen. Wir haben ja schon gerade am Anfang besprochen, dass es ja eigentlich für viele Länder sehr vorteilhaft wäre, sich von den Amerikanern dort loszulösen. Glaubst du, da würden denn jetzt auch konkrete Schritte unternommen werden, gerade auch mit Hinblick auf die wirtschaftliche Macht, die China ja auch anstrebt? Wie siehst du das ganze Thema? Also diese ganzen Schritte sind längst im Gange. Es muss ja auch alles möglich vom Zahlungssystem und so weiter eingerichtet werden, auch der rechtliche Rahmen. Das darf man nicht unterschätzen, wenn jetzt man von SWIFT auf ein anderes System wechselt zum Beispiel. Aber auch was die Währung angeht, sind diese Dinge längst im Gange. Also Saudi-Arabien, wie gesagt, die Säule des Petrodollar-Systems hat gesagt, sie würden auch andere Währungen akzeptieren. Jetzt kam vor kurzem ein Artikel, ich glaube im Wall Street Journal oder was in der Washington Post, wo der Satz drin stand, dass die Amerikaner die Saudis drängen würden, sozusagen beim Dollar zu bleiben. Aber die Vereinigten Arabischen Emirate haben bereits Kontrakte gemacht, sowohl mit Indien als auch mit China, die auf den nationalen Währungen basieren. Also diese Bewegung ist, und zwar bei Kernländern des Petrodollar-Systems, sozusagen längst im Gange. Die BRIC-Staaten werden vielleicht jetzt auch eine Struktur ankündigen, um diesen Prozess zu beschleunigen. Weil in der Praxis muss es ja darum gehen, dass, was weiß ich, ein chinesisches Unternehmen und eins in Afrika oder in der arabischen Welt oder ein brasilianisches und eins in, was weiß ich, in Indonesien, ja, dass die problemlos langfristige Verträge machen können und auch bezahlen können und so weiter, unabhängig vom jetzigen Dollar-basierten Finanzsystem. Darum geht es, diese Strukturen aufzubauen. Da kann durchaus eine Ankündigung kommen bei BRICS, aber sie sind längst dabei, diese Strukturen zu bauen. Ja, auch Russland macht hier natürlich Druck, weil es wegen der Sanktionen hier erfahren hat, dass es einfach dann schwierig ist, sozusagen Handel zu treiben. Ja, das ist aber, wie gesagt, auch nicht ganz leicht, so ein Zahlungssystem zu errichten, technisch und rechtlich. Und was Währungen angeht, ist es durchaus möglich, dass die eben auch Börsen machen, um ihre nationalen Währungen eben besser direkt miteinander auszutauschen mit geringen Schwankungen oder es ist auch möglich, dass sie sozusagen Währungskörbe definieren. Ja, da können auch Rohstoffe drin sein, über die man dann langfristige Verträge machen kann. Weil es ist ja auch zum Beispiel für jemand, der jetzt, was weiß ich, wenn die Araber jetzt irgendein Ölfeld erschließen oder ein Gasfeld, dann brauchen die zweistellige Milliardenbeträge. Wir brauchen natürlich einen Abnehmer, der denen das über Jahrzehnte letztlich garantiert. Da muss man ja auch das irgendwie machen. Bisher war es einfach im Dollar. Künftig wird man hier einfach andere Regelungen finden. Das ist möglich und ich denke, da werden die BRIC-Staaten, wie alle anderen Staaten auch, die an dem System beteiligt sind. Also die BRICs sind ja nur Brasilien, Russland, Indien, China, was ist es? Südafrika. Südafrika, genau. Um die 20 Länder haben offiziellen Antrag gestellt. Weitere 20 haben Interesse bekundet. Aber eben, wie gesagt, es ist ein weltweiter Prozess, der hier läuft und der hier ganz klar jetzt längst aufgenommen hat. Und das wird sich beschleunigen. Ich denke, dass Dimitri Speck das hier in dem ganz kurz gezeigten Ausschnitt schon relativ gut erklärt hat. Ja, er war von vornherein der Meinung, dass wahrscheinlich keine Währung angekündigt wird, einfach weil auch viel Komplexität hinter diesem gesamten Thema steckt. Und es muss auch nicht zwingend eine Währung sein, die eines Tages kommt. Es kann aber eben durchaus sein, wie Dimitri Speck es im Interview sagte, schaut euch das gerne nochmal im Insgesamten an, das ist hier oben in der Infokarte verlinkt, dass eines Tages eine Art Währungskorb kommt, der eben den Handel der Länder untereinander ermöglicht, ohne das Nutzen des US. Und es gibt eben viele Punkte, die wirklich in die Richtung deuten, dass die Länder diese von Dimitri angesprochenen Schritte wirklich mehr und mehr unternehmen, um sich vom US-Dollar nochmal konkret zu lösen. Nur weil dahingehend jetzt nicht wirklich etwas angekündigt wurde, muss man sich einfach mal überlegen, was es denn jetzt eigentlich heißt, dass Saudi-Arabien Teil der BRICS wird. Denn Saudi-Arabien ist, wenn man so will, ich verwende mal das Wort, die Mutter des Petrodollars. Also die Amerikaner sind früher nach Saudi-Arabien gegangen, haben gesagt, Mensch, ihr führt eure Ölgeschäfte im Dollar und dafür bieten wir euch, eurem Königreich, die Sicherheit. Und das hat im Prinzip diesen Petrodollar, wie wir ihn heute kennen, erst ins Leben gerufen und eben dafür gesorgt, dass der Handel insbesondere beim Öl, aber auch im Prinzip der Welthandel, nur in Dollar abgewickelt wird und hat die Macht der Amerikaner und des Dollars eben nochmal gefestigt. Und dass dieses Land nun Mitglied der BRICS wird und inzwischen auch schon andere Währungen im Handel gegen das Öl erlaubt, das sind eigentlich alles Punkte, die wirklich die Theorien von Dimitri dort bestätigen, aus meiner Sicht, und uns auch wirklich zeigen, dass hier in Zukunft noch einiges auf uns zukommen könnte und vielleicht wirklich das Weltgefüge, wie wir es aktuell kennen, aus den Angeln heben könnte, um es einfach mal in diesen Worten zu sagen. Also, weil keine konkrete Währung angekündigt wurde, heißt es nicht, dass im Hintergrund nicht viele Schritte unternommen werden und wir können wirklich gespannt sein, wie es hier weitergeht. Ein weiteres Puzzlestück der BRICS ist die NBD, die neue Entwicklungsbank, welche seit 2015 als Alternative zu westlichen Kreditgebern wie eben der Weltbank und dem internationalen Währungsfonds besteht. Diese entschied erst kürzlich, dass eine Anleihe des indischen Rupi aufgelegt wird und zieht nun auch in Betracht, Anleihen weiterer Lokalwährungen aufzulegen und sich dann somit auch weiter vom US-Dollar zu diversifizieren. Die NBD wird von der ehemaligen brasilianischen Regierungschefen geleitet und die teilte auch mit, dass die Bank in diesem Jahr Kredite in Höhe von bis zu 10 Milliarden US-Dollar vergeben wolle, wobei etwa 30% auf lokale Währungen entfallen sollen. Gegenüber der Financial Times sagte sie, dass das US-Finanzsystem durch ein multipolares System ersetzt werden wird. Frank Holmes sieht den US-Dollar durchaus angegriffen, geht aber auch nicht davon aus, dass dieser vollständig entthront werden wird, sondern sich eher die Bühne mit beispielsweise dem Euro-Renn-Mimbi oder vielleicht eben auch dem Bitcoin teilen könnte. Frank ist unter anderem ein ehemaliger Seed-Investor von dem erfolgreichen Royalty-Unternehmen Franco Nevada, welches den bekannten Star-Investor Warren Buffett in dem hier gezeigten Zeitraum outperformte und er verwaltet mehr als 3 Milliarden Dollar mit seiner Vermögensverwaltung in den USA. Von ihm habe ich auch viele der hier verwendeten Informationen. Längere Zuschauer von euch kennen ihn zum Beispiel auch als Executive Chairman von Hive Digital Technologies. Ich bin sehr gespannt, wie sich die kommenden Monate entwickeln. Ich werde hier in der kommenden Woche nochmals gemeinsam mit einem Experten über die Ergebnisse der BRICS sprechen. Abonniert also gerne den Kanal, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Doch einer der Kernpunkte ist, wie denn eigentlich die westlichen beziehungsweise auch die nicht westlichen Medien beziehungsweise Politiker hier drauf reagierten. Also die USA, die haben eigentlich im Konsensrecht gelassen auf die Entwicklung der BRICS reagiert. Ich frage es hier, ob die Amerikaner die Gefahr der BRICS eher unterschätzen oder ob es auch Teil des Plans ist, sich eben von dem aufstrebenden Staatenbund nicht beeindrucken zu lassen. Auch in deutschen Medien wurde nun nicht wirklich intensiv auf die Möglichkeiten der BRICS eingegangen. Anders, da soll es wohl in nicht westlichen Medien ausgesehen haben. SABC Radio aus Südafrika soll Aussagen wie Die Welt wird nach dem BRICS-Gipfel in Johannesburg nicht mehr dieselbe sein, getitelt Al-Kahira 24 aus Ägypten soll Folgendes berichtet haben. BRICS ist eine Alternative zum internationalen Währungsfonds und zur Weltbank, wenn es darum geht, wirtschaftliche Unterstützung zu leisten. Sie wird es Ägypten ermöglichen, seine Abhängigkeit vom Dollar im Handel der Länder der Vereinigung zu beenden. Doch jetzt stellt sich mir die Frage, was denkt ihr denn eigentlich über die Beschlüsse der BRICS? Klar, die westlichen Staaten erstmal nicht so viel. Die nicht westlichen Staaten, die natürlich mit den BRICS verbundet sind, senken sich teilweise ein bisschen mehr dabei. Aber eure Meinung würde mich natürlich auch dazu interessieren. Außerdem interessieren mich eure Fragen, denn die kann ich dann nächste Woche im Expertengespräch nochmal mit einfließen lassen und euch hier bestmöglich beantworten lassen. Deswegen schreibt es fleißig in die Kommentare, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt und dann freue ich mich, wenn ihr zum nächsten Mal wieder mit einschaltet. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020